Ich weiß noch nicht mal, wo du meinst. Ich habe heute kein einziges Mal D5 gespielt. Vielleicht habe ich Glück und ich kriege Springer C3. Komm. Jawoll. Schara Henning am Bitt. Komm. C, D5, C, D4. Mach es. Ja, sicher. D? Ne, der ist ungenau. Dame D5 spielt man. Hier gibt es ein großes Problem. Was war das nochmal? Dame D1. Springer D1, Springer B4 ist hier ein großes Problem. Nehmen Springer D1. Tuck, tack. Springer E3 zurück. Läufer E6. Ja, das ist der Grund, warum man das so nicht spielt. Video Schara Henning am Bitt bitte anschauen. So spielt man das nicht. Jetzt hängt der Springer. Läufer E6. Jetzt hängt der A2. Den Springer kriegt der nicht so leicht. Ich habe Turm D8 Schach. Das ist ja sofort Feierabend. Läufer B4 im nächsten. 1-0. Ne. Hä? Der passt ja gar nicht auf, der Kollege. Alter, meine erste Partie mit dem Schara Henning am Bitt. Hätte hier auch ein bisschen besser stehen. Ne. Meine erste Partie mit dem Schara Henning am Bitt. Was ist das denn? Das ist ja beliebig matt. Auf der D-Linie. Oder bin ich blind? Komm, machen wir für den Flex Turm D3. Schach. Hier, Schachkollege. Die gleiche Stellung wie gerade, nur noch ein Springer weniger. National Mars. So, jetzt nochmal für den Flex Turm D3 Schach. Matt. So, das war meine erste Partie mit dem Schara Henning am Bitt. Wird auf jeden Fall ein Video rauskommen. Müsst ihr unbedingt anschauen. Geiles Gambit. Jahrhund. .' its Charité selbst mit – 18 19 20 21 20 21 25 22